Und ich darf jetzt ein weiteres Geburtstagskind bei uns sehr herzlich begrüßen. Sängerin und Komponistin Sabina Hank, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Unglaublicher Zufall eigentlich, Sabina, du bist auch an einem 2. Mai geboren. Das ist korrekt, ich glaube ja nicht an Zufälle, aber da haben wir schon sehr lachen müssen, wie ich dann erfahren habe, dass Salzburg heute genau am 2. Mai 30 Jahre alt wird und vor allem heute ganz, ganz viele Geburtstagskinder von eben diesem Datum da sind. Und der 2. Mai, das muss ein besonderes Datum sein, auch für Kreativität. Scheint so. Ja. 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 Ja.